So Leute, Servus! Willkommen zu einer neuen Mission. Zu einer neuen Folge, nicht zu einer neuen Mission. Einer neuen Folge von Kingdom Under Fire 2. Da sagt es nicht, da gibt es auch noch. Ah, da wird noch ein bisschen was auf mich warten. So Leute, das ist ein Daffensmissier. Das ist ja 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 Daffensmissier. 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 Das ist ja der Daffensmissier. Und das ist ja Daffensmissier. gehen wieder die gespräche hier los heute wählen ein paar zauberer wären noch geil die einheit ein milize ok warte mal das war jetzt halt, halt, halt warte ein bisschen von der rosier komet, oh das ist geil alle einheiten erstmal motivieren, alle wieder auffüllen den bringen wir jetzt gleich mal auf level 14 hält nicht viel aus, aber macht halt gut schaden also die hallo halt stopp stopp warte ein bisschen hier 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 gleich hier 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 Was ist das? Ah, da ist das, okay. Wenn wir jetzt nochmal den Milit. Boah, der gefällt mir. So, Verkündung, Verkündigung der Söldnerkommande. So. Gut, Glück. Ich werde dich aufhören. Gut, Glück. Warte, das Kommandant. Da zurück. Bilde für Bilden. Eieieiei. Oh, es ist gut, okay. Das sind jetzt einfach nur Erfahrungspunkte und Gegenstände, die ich da durch diese Mission kriege. Wie gesagt, die MMO-Mechaniken. Naja, hier nix mehr. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Aber so ein kleines Rollenspiel wäre mir lieber gewesen als das da. 10.000. Oh, yeah. Ein Leerzeichen zulässig. Ah, okay. Gehen wir jetzt mal noch zum... Wo ist das? Hm. Da schauen wir einfach mal. Ich glaube, dem werde ich mal eine ganze Folge schenken. Ein Dorf in der Bahn. Leider. Blüten. obed 100.000. Oh, nein. Was wir schon mal? maple, wenn wir das單 waren? Gehen wir trotzdem pausern. Abl stabilization. Aber nur gelatet. ich ziehe gruppenmitglieder mit jeweils ein paar soldaten flachzugmissionen das sind dann schlachten so, wildner halben haupt mann warte ist sonne ok Ich werde dich beteiligen, Kapitän. Ah, Reportkristall aktivieren, okay? Ah, verdächtiges Dorf. Das ist eine riesige Karte, ey. Ich glaube, hier werde ich echt ein paar vollen Stecken. Danke. Okay. Have a good day. Hi. Ah, Mehl kaufen. Oh, Versteher. Hey, Emiel. Hey, Emiel. Ich bin egal. Die Angst ist, helft mir fliegen. Ich überzeuge die Leute mit Gewalt. Ja! Überall hängt diese Schild, Gewalt ist keine Lösung. Also muss ich sie jetzt irgendwie reinlaufen lassen? Spezialmäh. Den kenne ich doch. Ach, die hat das nicht. Ah komm, mit Rehensstimulanz habe ich auch mal. Dunder Clown Bruder, alles Missionen, ach jetzt möchte ich es. Wow, jetzt ist es Level 20. Aber dafür, dass er unerfahren ist, haut er aber ganz schön rein. Ganz unerfahren. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ich hab dir 3 Kugeln in den Leib geballert, aber wir sind jetzt Freunde. Okay. Okay. Bestimmt ist das der ZACH im Mitglied. Okay. 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 Tschüss. Und wahr. Okay. Stark! Oh Gott, überall Missionen. Aber das war der Titel für diese Mission. Überall Missionen. Ich töte Außenschaften. Okay, kaum Erfahrung. Dann laber ich ein bisschen im Dorf rum und das klappt so gut. Also was mache ich denn? Einzelkampf, Taktik. Also wenn ich den 3 Sekunden betraue, dann setze ich 4. Kann ich mal einzelne rausfliegen und dann auch richtig beträchtlich Schaden zu bekommen. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey Okay. Das war's für heute. W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. die station der clown und dann wird das mein nächstes field sein und ich würde sagen leute und ja das heißt dann auch in das attentat auf den roten sturm dann macht's gut und bis zur nächsten und